jetzt kann es losgehen ja moin leute herzlich willkommen bei einem neuen video auf meinem kanal mein name ist julian entertainment und ja leute ich bin jetzt frische 31 leute seit einem tag bin ich knackige 31 erstmal übergeben und das finde ich genauso an wie vorher deswegen leute macht euch keinen stress wenn der alte wenn das alter kommt kommt das alter ja leute im heutigen video reagiere ich mal auf mein erstes 10.000 klick video auf meinem kanal also sprich ein video von mir was ich anfang des jahres aufgenommen habe und das war halt ein omen tv special und ja ich wollte einfach mal gucken wie das damals geschnitten habe wie meine soundqualität sowas war und ja geht noch direkt los so leute ja willkommen zurück hier sind wir nämlich schon also ihr könnt ihr glaube ich sehen gerade in aufnahme 10.583 klicks hochgeladen am 8.2 ich glaube like und dislike verhältnis ist immer noch sehr gut im rahmen ich glaube man muss immer so bei 80 90 prozent muss man im plus bleiben dann ist das alles noch ganz gut ich glaube sogar bei 70 prozent wäre das noch ganz gut leute so also muss ich sagen ich habe das video sehr lange nicht mehr gesehen ist es nicht so dass ich mal alte videos einfach noch mal angucke deswegen reagiere ich auch wirklich gerade darauf das ist nicht so dass ich mir gerade das video schon mal angeguckt habe sondern wir machen das wirklich gerade schön live machen wir hier ein bisschen lauter um mal zu gucken einfach wie laut das ganze denn das ist ich mache jetzt mal auf vollbildmodus und ja leute ich werde einfach zwischendurch mal ein bisschen pause machen wir schauen mal wie das video ist ich schaue das video auch noch mal unten in die beschreibung was ist das jetzt hier für ein fleck ist mal ein bildscher kaputt egal ich muss komplett los was ist das denn da kümmere ich mich gleich drum leute ok also redis was ist hier los jetzt egal leute ready set go also ja leute hier da hatte ich hatte ich mit denen das abgesprochen jetzt kann ich ja mal sagen das sieht natürlich super aus was gesagt weil ich halt diese box hatte wo man sich ein taschentuch rausholt also guckt doch noch guckt noch mal eben gut also vor allem so als forschmann so leute da hatte ich da habe ich mich umbenannt weil ich ein bisschen hate bekommen habe weil ich nicht mehr so viel gaming gemacht habe da hatte ich mich ja dann auf julian entertainment umgenannt und da hört man auch noch ich habe ja in der wg gewohnt damals da hört man einfach noch dass ich dann nie so laut mein intro machen wollte ihr merkt jetzt mache ich einfach volle energie und da ist einfach so ja moin leute herzlich willkommen beim neuen video und das einfach ja die soundqualität am headset erkennt man ja auch leute ich kann das gar nicht verstehen was ich mir dabei einfallen lassen habe einfach so ein countdown einzublenden eigentlich komplett durch also billigen countdown egal vielleicht ist auch deswegen ein bisschen witzig in der tat leute herbe anstrengend leute 60 sekunden dreimal und eine einblender 40 46 sekunden ja ich rede jetzt auch gar nicht weiter großartig drum herum in dem heutigen video von julian entertainment geht es darum dass ich euch ein paar witzige szenen von omitv zusammengeschnitten habe so in richtung best of aber auch so neuen kram und es sind echt coole sachen dabei ich würde mich natürlich freuen wenn ihr das video bis zum ende schaut und dann schreibt mir doch mal in die kommentare was ihr auf jeden fall richtig feiert ja wir fangen einfach mal an 2 x 2 ist gleich 3 der typ den haben wir voll oft gesehen glaube ich kommt alles ins internet leute sagt mal habt ihr schon mal jemanden gesehen der sich da hinsetzen matheaufgaben macht also ich nicht also ich habe den typen einfach gefeiert erst mal übergeben und weiter also leute da muss ich mal kurz sagen ja wenn es okay ich mag auch fans aber neun paar fans als frau finde ich dann doch ein bisschen crazy man hatte eher so frauenschuhe tja bist du denn so ein mädchen das läuft auch mit fans bei dem wetter rum ja schnee so hoch die fans so ich habe so alte füße woran liegt das ich bin bescheuert und äh und tut ihr hier so außer wixen alter das ist das wort alter war auf jeden fall ein pferd irgendwo in der nähe ja leute skippt mal ein bisschen vor ja ich hab genau ich hab mit denen so ein bisschen blödsinn gequatscht ah das geht sogar 5-6 minuten ah jetzt kommt der hier genau guck mal leute denkt man sich was ist das denn zeig doch mal die haare jetzt zeig doch mal die haare was bist du für ein vogel was bist du für ein vogel alter alter Leute da mal kurz an euch wenn ihr bock habt auf ein format dass ich da einfach mal leute anschreie wenn die abgelenkt sind das ist halt ziemlich schwierig auf ume tv dann schreibt mal am besten ähm hashtag schrei oder sowas in den in den in den kommentaren oder sowas keine ahnung sorry hallo hallo ah Leute mein erster eindruck als ich sie das erste mal gesehen habe hochnäsige zicker was macht ihr denn hier schön und ist langweilig ist auch ein bisschen langweilig Leute ähm da gibt es eine story noch zu ich habe danach erfahren über instagram dass die zwei da herbe ähm hier was der Typ in meinem letzten Video hatte von äh total heftig der Typ am Ende der hat da was geraucht was jetzt nicht so ähm häufig geraucht wird zumindest in der Öffentlichkeit nicht und die haben mir halt danach gesagt dass sie das geraucht haben und deswegen einfach so äh ja guckt euch das mal wir gucken mal ein paar Minuten rein warum sprichst du denn nicht einfach ich hab noch frei die nächsten Tage gehe ich nie früh schlafen wäre ja langweilig hm stimmt was machst du denn mit so riesen Kopfhörern ich bin auf YouTube unterwegs deswegen also ihr seid auch gerade auf YouTube unterwegs Leute das ist so dumm erstens habe ich da so einen Cutfehler das seht ihr jetzt da kommt einfach ein schwarzer Screen das wollte ich nochmal cutten ich meine aber ich hätte das gecuttet und äh ich hatte damals irgendwie so 110 Abonnenten oder so okay jetzt habe ich 1230 ungefähr aber es ist einfach ultra witzig dass ich so ich bin YouTuber ich bin deswegen hier unterwegs ne ja ja hm ja 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 so klein nun auch nicht okay einfach Blitzcreen Leute Blitzcreen Blitzcreen Hä? Hä? Hörst mal ihr habt hier die einmalige Möglichkeit einen Gutschein zu gewinnen von Amazon Du liegst Du liegst Nein Du musst nur wissen wie alt ich bin 10 Sekunden Zeit jeder darf einmal raten okay 28 34 alles klar schon 30 sorry und danke fürs 34 neuer Rekord Leute da kann ich euch auch was zu sagen keiner hat mich jemals auf OmmeTV keiner oder keine hat mich jemals auf über 30 geschätzt außer letztens im Livestream wo ich geradet wurde vom äh Reportage Grüße und Kuss geht raus an dich mein Freund ähm da hat mich dann doch jemand auf äh ja 30 geschätzt die hätte sogar Gutschein gewonnen und da hab ich halt keinen verlost und aber das war krass die hat mich auf 34 geschätzt was ist los? älteste war 33 obwohl ich geschätzt wurde jetzt heißt es schon 34 darf ich korrigieren? nein nein das ist eine Schnauze nein nein 30 ey jetzt ist zu spät ah ah wenn wir das wenn wir jetzt richtig gewesen wären dann hätten wir das gewonnen dann hättet ihr den Gutscheincode von mir bekommen ihr seid Nummer 15 oder so ich hab bestimmt schon 15 Menschen gefragt keiner ist auf meinem Alter gekommen warte ganz grüß lass mal kurz die Plätze hochgehen dann machen wir von vorne dann sind wir komplett neue Menschen Leute wir spulen jetzt nochmal ein bisschen vor dann wird das Video einfach zu lang ja die waren ja doch ziemlich lange am Ende noch ne mein Gott wie glaub ich hab mit denen gequatscht ah ok hier läuft richtig ist ja eh fake oder Leute bisschen aber geil das kommt auf Youtube ich nehm gerade auf also was das kommt auf Youtube ja geil ja Leute das war's mit meinem kleinen Video ja Leute das war's doch schon mit der kleinen Reaction ähm zu meinem 1000 äh 10.000 Klick Video ich hoffe auf jeden Fall hat euch gefallen ähm ich wollte euch auf jeden Fall trotzdem noch ein Video bringen wie gesagt heute ist ja Montag und dann lasst mir doch gerne ein Like da und ich werde wahrscheinlich morgen am Dienstag oder am Mittwoch einen Livestream machen aber ich kündige das ja immer an einfach mal an dem Tab Button drücken und ja sehen wir uns nochmal ganz kurz zum Outtake bis gleich ja Leute das war's von mir ich hab ja am Ende ein bisschen geskippt weil sonst das Video zu lang wird wenn ihr mehr Bock habt auf solche Videos in Zukunft natürlich sprich wenn ich irgendwelche krasse Videos rausgehauen habe oder irgendwelche Videos die einfach krass bei euch angekommen sind reagieren sollen lasst mir doch gerne einen Daumen oben da und wenn ihr Bock habt dass ich mehr Reaction Videos mache allgemein dann schreibt es mir gerne in die Kommentare macht irgendwelche Vorschläge ich freue mich auf jeden Fall wieder da zu sein der Urlaub war der Hammer hoffe ich das Video wird dann vorher aufgenommen ja und ja Leute das war's von mir bis zum nächsten Mal euer Judit Entertainment Ciao 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 Ciao